hallo modellbahn und youtube freunde hier ist wieder der harry ja ich bin es tatsächlich so ganz live mal wieder alles soweit gut überstanden im moment mache ich noch meine rea und die beste rea ist natürlich hier unten die bahn nochmals vielen dank an der stelle für all die die mir die genesungswünsche haben zukommen lassen und so weiter und so fort wie gesagt auf dem weg der besserung vorteil den die ganze sache gebracht hat ich auch nicht mehr gut so jetzt sind wir ja bei der reihe triebwagen und innerhalb der triebwagen reihe kommt jetzt die 628 reihe das heißt von diesem triebwagen 628 oder auch 627 gab es ja einige varianten die will ich euch soweit ich die hier habe mal zu diesem trieb zu dieser triebwagen serie vorführen das heißt der 627 war ja ein einteiliger triebwagen und der 628 da gab es ja dann zig unterordnungen von 628 punkt 0 punkt 1 und so weiter und so weiter die zeige ich euch jetzt mal weiter in der reihe triebwagen bis dahin euer harry so dieses hier waren die ersten varianten des 628 das modell selber hier ist von lima auch bis zum heutigen tage von niemand anderen gemacht worden hier nochmal von vorne die front und jetzt lassen wir mal ein bisschen fahren so so hier haben wir das gleich noch mal in der verkehrsroten variante also der 628 erste baureihe sah dann mal so aus so Sollte